Eishockey-Superstar Leon Dreisaitl kritisiert die Talentförderung in Deutschland. Die jungen Spieler bekommen keine wirkliche Chance, offensiv zu spielen, sagte der zweitbeste Torschütze der NHL-Hauptrunde, 50 Treffer, von den Edmonton Eulers dem Kicker. Bilder-Galerie Leon Dreisaitl, seine Karriere in Bildern 28 Bilder, wenn du dir die Schweden anguckst, die Finnen. Sobald die ein bisschen was spielen können, spielen die in der ersten Mannschaft. Mit der Betonung auf Spielen Dreisaitl will es Nowitzki nachmachen, da 23-Jährige will das Bild seiner Sportart in Deutschland prägen, wie es Dirk Nowitzki mit dem Basketball getan hat. Ich hoffe es und habe schon immer gesagt, wenn ich Menschen dazu bringen kann, Eishockey statt Fußball zu spielen, dann akzeptiere ich diese Rolle liebend gern, sagte er. Meist gelesene Artikel Fußball, Bundesliga, warum VAL Handproblem nicht löst Handball, Champions League Europamischen von PSG gescheitert Tint. Fußball in Teller trotz Posse aufgestiegen Fußball, Bundesliga DFB ermittelt gegen Reus Fußball, Champions League Klopp bestätigt Ausfall von Salah nach seiner persönlich erfolgreichsten Saison wird Dreisaitl die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in der Slowakei 10. bis 26. Mai anführen. Das Ziel dort sei der Viertelfinaleinzug, da wollen wir alle hin. In den jüngsten Testspielen gegen Österreich, 2 zu 3, 5 zu 1, erzielte Dreisaitl 5 der sieben deutschen Tore. Punkt. Let's block it's.